so 20 stück wahllos gekeschert 20 stück wahllos gekeschert die sind zwischen 23 und 28 ok der hat 30 ok 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 keine garantie auf fulleys also mich wundert es dass da jetzt 23 dabei waren aber da sitzen sie jetzt aktuell die vorselektierten und die sind jetzt interessant wenn weg dann weg da 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 da